nein du hast kein stoffwechselproblem vergiss es rät dir doch nicht solches zeug ein du hast kein stoffwechselproblem wer sagt sowas wie kommst du auf die idee dass du ein stoffwechselproblem hast hallo und herzlich willkommen bei andreas triebacher deinem performance coach ja immer wieder kriegt es zu ohren gerade bei erstberatungsgesprächen andreas ich habe ein stoffwechselproblem wort so so wie kommst du darauf ja mein stoffwechsel funktioniert richtig ich nehme nicht ab okay und warum hast du dein stoffwechselproblem ja weil ich das gelesen habe und weil mir der xy das gesagt hat sondern lass mich doch mal bitte den ernährungsprotokoll anschauen und ich habe da noch ein paar fragen an dich so und jetzt habe ich dieses ernährungsprotokoll angeschaut und habe diese antworten bekommen auf meine fragen und stelle fest nein du hast kein stoffwechselproblem hast du nicht was ist denn überhaupt ein stoffwechselproblem die schilddrüsenunterfunktion ja die gibt es dass menschen nicht genügend schilddrüsenhormone produzieren dann werden die aber eingestellt vom arzt dass sie ausreichend schilddrüsenproblem schilddrüsenhormone bekommen damit eben dass keine probleme gibt dann gibt es die möglichkeit dass jemand diabetes hat typ 2 auch hier nicht einfach aber auch eine frage der einstellung das heißt man wird eingestellt und wird entsprechend mit insidien versorgt damit über tabletten oder halt eben die das produzieren oder halt alles forcieren oder eben über eine injektion das kommt darauf an auf den Schwierigkeitsgrad und auf den grad der erkrankung oder diabetes typ 1 aber auch hier gibt es ganz klare verhaltensregeln wenn man die einhält ist das nein nicht ein stoffwechselproblem denn dann ist man ja man ist ja justiert man ist ja eingestellt und jetzt ist die frage wenn diese menschen kein stoffwechselproblem was ja behaupten was haben die denn dann und da muss ich sagen da schaue ich jetzt einfach mal in die letzten 33 jahre der beratung und da stelle ich fest erstmal waren es tatsächlich vielleicht maximal fünf prozent die bei mir waren mit dem stoffwechselproblem die restlichen hatten ein verhaltensproblem ein prioritätenproblem ja denn du schaust ein ernährungsprotokoll durch und stellst fest okay manchmal wird gefrühstückt manchmal wird nicht gefrühstückt manchmal sind drei stunden abstand von einer zur anderen mahlzeit mal acht stunden abstand mal eine zwischenmahlzeit mal wird abends nichts gegessen man wird kein gefrühstück genommen also das ist das häufigste was man sieht zusätzlich sieht man okay die gesamten kalorien was gar nicht so viel waren 2100 für ein mann der im büro arbeitet damit er 85 groß ist 110 kilo auf die waage bringt ist okay aber die gesamtkalorien bestehen aus über 60 prozent kohlenhydraten und dazu aus kohlenhydraten die nicht natürlich sind die natürlich auch dafür sorgen dass ständig der blutzuckerspiegel hoch geht okay dann findest du immer wieder zwischendrin zwischenmahlzeiten zwischen den einzelnen mahlzeiten die sind zuckerlastig dann findest du abends oftmals alkohol zwei gläser wein ab und zu mal eine flasche bier da findet man süßigkeiten drin das hat nichts mit einem stoffwechselproblem zu tun in den meisten fällen ist es die meisten menschen wissen schon dass sie mit jedem abend zwei gläser wein trinken sollen die meisten menschen wissen schon okay jeden tag zwei stück kuchen ist keine gute idee jeden abend die größte mahlzeit mit viel nudeln mit sahnesauce ist nicht die beste idee das wissen die schon im grunde genommen fehlt es bei den meisten einer struktur eine klare struktur wann wird was gegessen dann fehlt den meistens den überblick wie viele kalorien brauche ich überhaupt wie viele kalorien davon sollten protein kalorien sein wir sollten kohlenhydrat kalorien sein wie viel fett kalorien also den bedarf an kalorien da haben die meisten nicht den plan beziehungsweise haben sich noch gar nicht darum gekümmert ja und dann sind die zwischenmahlzeiten da die gar nicht sein dürften dann ist das fehlende frühstück da das dafür sorgt dass man eben um zehn und eine zwischenmahlzeit sich zwischen die zähne schiebt die nicht gesund ist dann diese zwischenmahlzeiten diese up and downs im blutzuckerspiegel das sind die herausforderungen und das hat mit einem stoffwechselproblem überhaupt nichts zu tun sondern das ist erst mal unstrukturiert keine klaren prioritäten gesetzt wann wird gefrühstückt was wird gefrühstückt keine handlungsanweisung was soll auf den tisch kommen wenn der tag beginnt und man hofft natürlich dass das was auf dem tisch landet so einigermaßen gut ist also ihr seht ihr hört das hat mit einem stoffwechselproblem nichts zu tun sondern ganz einfach ist es jemand nicht wichtig dass er frühstückt dann fällt es frühstück aus ist es jemand nicht wichtig dass er sich gesund ernährt dann lässt das einfach sein er ernährt sich nicht gesund ist es jemand völlig egal dass er abends die größte mahlzeit ist danach ja sozusagen einen unguten schlaf hat er wohlwissentlich seit jahren so praktiziert und er wird immer runter obwohl er ein frühstück kein frühstück hat nur mittig essen und großes abendessen wenn jemand sich im verhältnis zu wenig bewegt zu den kalorien was er zuführt ja auch schwierig das hat auch nichts mit dem stoffwechselproblem zu tun null nada gar nichts oder ist jemand grundsätzlich zu wenig und der stoffwechsel passt sich an und muss einfach lernen mit diesen wenigen gesamtkalorien zu haushalten dann ist es auch kein stoffwechselproblem das ist ein verhaltensproblem kein stoffwechselproblem denn der stoffwechsel wenn er gesund ist also kein schilddrüsenerkrankung da ist kein diabetes im start ist was macht der stoffwechsel der stoffwechsel passt sich nur dem verhalten des menschens an sonst gar nichts also ist kein stoffwechselproblem es ist ein verhaltensproblem ein strukturelles problem ein zeitmanagement problem ja ein prioritätenproblem denn wenn es jemand wichtig ist dann frühstückt er wenn es jemand wichtig ist dann hat er ein mittagessen zu einer gewissen zeit und wenn es jemand wichtig ist dann ist da auch noch abends was gesundes und weiß dass er abends dann wenn er sich ins bett legt nicht die größten mahlzeiten essen sollte und genau das ist das was ich damit sagen will hört auf euch selbst einzureden dass ihr ein stoffwechselproblem habt denn wenn ihr euch das einredet dass ihr ein stoffwechselproblem habt was habt ihr dann dann habt ihr einen freifahrtschein ja ich habe sowieso ein stoffwechselproblem ich kann ja machen was ich will und ja ich kann nichts dafür nee nee ihr nehmt euch dadurch die verantwortung lasst das sein ich habe euch jetzt schon so viele lösungen geben innerhalb der ersten paar minuten habt ihr so viele lösungen die frage ist warum setzt du es nicht um die frage ist warum sind diese einfachen dinge die bekannt sind warum werden die nicht umgesetzt warum ist die macht so groß dass im essverhalten so viele fehler begangen werden wenn wir jetzt rausgehen zwischenzeitlich in deutschland sind wir was übergewicht anbetrifft ganz weit vorne und schaut mal wir sind ein land ein sehr fortschrittliches land wir haben so viele informationsquellen zum thema gesunde ernährung wir haben so viele möglichkeiten uns zu wegen wir haben die höchste fitness studio dichte weltweit mit den usa wir haben so viele vereine wir haben so viele möglichkeiten sport zu betreiben es gibt so viel freizeit und fitness artikel mountain bikes cross trainer rudergeräte schwimmbäder turnvereine sportvereine ski vereine fitness studios was weiß ich was alles und nichtsdestotrotz sind wir ganz vorne mit dabei warum denn weil wir stoffwechsel probleme haben nein haben wir nicht sondern weil wir strukturelle probleme haben weil wir es nicht umsetzen was wir wissen weil wir wir sind wissensriesen und umsetzungs zwerge alle die zu mir kommen wenn ich mit denen rede sagen die andreas stimmt du hast recht 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 natürlich ist ja auch nicht so schwer aber sie brauchen jemanden der sie führt sie brauchen klare handlungseinweisung sie brauchen eine klare struktur eine vorgabe die müssen auch mal berechnet bekommen was soll ich denn überhaupt frühstücken was ist denn eine menge was zu mir passt was soll ich zum mittag essen welche menge soll ich essen auf was soll ich achten was soll ich zum abend essen wie viel zeit sollte ich lassen von einer zur anderen mahlzeit das sind all die dinge und wenn die dann umgesetzt werden dann ist das stoffwechsel problem verschwunden die pfunde gehen runter das hat früher nie so geklappt wo ich es immer selber probiert habe hat es nie geklappt jetzt funktioniert es unglaublich bin auch noch satt wie geht das vor allem immer hungern müssen und es hat nicht funktioniert jetzt bin ich satt esse am tag dreimal regelmäßig wow und ist alles gut ja stoffwechsel problem verschwunden weil gar kein stoffwechsel problem da war so einfach ist es also abschließend freunde hört auf euch irgendwelche geschichten zu erzählen dass ein stoffwechsel problem habt ihr nicht und wenn ihr es nicht wahrhaben wollt dann kann ich euch eins empfehlen ich kläre euch gerne auf stell dir mal vor du hast jemand an deiner seite der all das was in deinem kopf ist was noch nicht funktioniert zum thema bewegung zum thema training zum thema stress und zum thema schlaf es gehört alles mit dazu rein damit du eine maximale performance bringst das wird geklärt du musst nicht mehr darüber nachdenken du hast eine informationsquelle bekommst alle informationen und du machst du setzt um tja und nach vier wochen stellst du fest ist easy ich habe keinen stoffwechsel problem ist easy warum habe ich schon früher angefangen hätte 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 ja die frage ist nur bist du bereit dazu denn ich habe das wissen ich habe das werkzeug ich kann es dir übergeben aber die frage ist setzt du es auch um die frage bist du schon soweit es umzusetzen das ist die große frage und die kann man klären und die klärt gerne mein mitarbeiter mit dir ja einer meiner mitarbeiter klärt das mit dir das heißt du kannst jetzt hergehen unter www.andreas-trienbacher.com da gibt es einen wunschtermin ein und mein mitarbeiter klärt ob du schon soweit bist dass man sagen kann wir zwei können zusammen arbeiten und wenn das passt dann liefe ich dir ganz klar deine vorgaben nämlich an der hand und für dich auf den weg und für dich so lang bist du eigenständig laufen kannst bist du eigenständig den weg findest und dann kann ich da eins sagen dann stehst du irgendwann einmal nach drei vier monaten da denkst wie einfach war das jetzt jetzt habe ich jahrelang rumgemacht habe mich gequält mit hunger habe mich mit pulver zeug gequält was nicht geschmeckt hat habe irgendwelche suppendiäten gemacht habe mir irgendwelche stromschläge verpasst was weiß ich auch was an immer und es hat nie funktioniert und jetzt drei monate später vier monate später alles easy die 15 20 kilo sind unten du schläfst wieder super du hast eine geile performance du fühlst dich wohl und hast du die performance für 15 20 ja hier so einfach kann es gehen so das bist du dran amel und andreas-trienbacher bekommt deinen wunschtermin eingeben und in kürze haben wir unser erstes strategie gespräch dankeschön mach's gut bleib gesund bis bald